The Last of Us Part 2, die Serie geht weiter und ich freue mich euch heute schon die neunte Folge präsentieren zu können. Die letzte Folge endete mit einem ziemlichen Knaller. Dina offenbarte Elli, dass sie wohl schwanger ist. Wie wird Elli darauf reagieren? Ich wünsche euch viel Spaß und lasst gerne ein Abo und Like da, wenn euch meine Arbeit gefällt. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Wie lange weißt du es? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten... Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich... Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Ruhe dich aus. Schwanger. Scheiße, schwanger. Wie kann man sowas nur geheim halten? Sch-sch-sch-sch-sch-sch-schafft. Shit. Willst du hierüber? Ja. Besser du als ich. Hm? Oh. Was ist das? Okay. 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 Gruselig. Niemals. Okay. 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 Amen. If I ever were to lose you, I truly lose myself. Das klingt doch allmählich nach was. Ach, ich bin schlecht. Nein. Die muss erstmal Hornhaut wachsen, das ist alles. Ja. Okay, na los. Was ist das? Ja. Oh shit. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Keine Ahnung. Ist es ein Dinosaurier? Hör auf zu raten, ich sag's dir nicht. Okay. Ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Kommst du nicht drauf? Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Mehr gehen, weniger reden. Sei vorsichtig. Alles gut. Ups. Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Willst du schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Du findest schon besser. Aber denk dran, nicht rumfuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla bla bla. Ja. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Ellie, komm her. Sieh dir das an. Siehst du den? Siehst du? Da drüben. Schau. Ja. Ich seh es. Ja? Sieht aus wie... Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja. Eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Du musst hier drunter durchtauern. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das. Ist es... Mein Geschichtslehrer aus der sechsten Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Wir mussten... oft nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Und wieder ein Tauchgang. Wo bringst du mich hin? Ja... W Prozent. Ist es... Ein neues Paar Turnschuhe? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Hier. Okay. Ach scheiße. Genug geraten. Oh, gut. Aber, äh, ist es eine riesige Comic-Heft-Sammlung? Äh, nein, warte. Ein neues DVD-Set? Äh, ja. Äh, welches denn? Bloß, ja. Vielleicht Laserdisks. Ach du Scheiße, Joel. Da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier! Das ist er. Joel! Überraschung. Ach du Scheiße! Es ist ein gottverdammter Dinosaurier! Wyoming Museum für Naturkunde und Geschichte. Wie hast du diesen Laden entdeckt? Maria. Sie hat mir davon erzählt. Ich dachte mir, dass das was für dich ist. Richtig gedacht. Was ist das? Ähm, ein Buch? Ein Dinosaurier-Buch. Hm, okay. Schon gut. Oh Mann. Willst du mal? Will ich nicht. Hm, dein Pech. Wow, hat er aber Krallen. Das ist ein Velociraptor. Eigentlich ist es ein... Dei... Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja. Zumindest hießen die so in diesem Film damals. Hm. Hallo, tut mir leid, die Dinosaurier sind beschäftigt. Was machst du da? Oh, Moment. Ein Dinosaurier ist hier. Joel, ist für dich. Sehr witzig. Es ist auch witzig. Kapiert? Du bist alt. Oh, schon klar. Okay. Kompsognathus. Huh. Großer Name für die Zwerge. Ja. Die griffen als Schwarm an. Weißt du das auch aus einem Film? Tatsächlich, ja. Aus einem anderen. Nämlich dem zweiten Teil. War aber nicht so gut. Winziger Kopf. Joe, guck. Das ist... ein Hut auf einem Saurier. Das ist ein Hutusaurier. Gali-Mimus bedeutet Hühner-Nachahmer. Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Hey, Joel. Ellie? Und wehe, du nimmst ihn ab. Mein Geburtstag, meine Regeln. Hm. Velo-Zi-Raptor. Joel, das ist der, von dem du erzählt hast. Der Velo-Zi-Raptor. Ist der klein? Filmen kann man wohl auch nicht alles glauben. Guck mal, wie dick sein Schädel ist. Sieht irgendwie aus wie... Tommy. Das werde ich ihm erzählen. Bitte nicht. Im richtigen Licht betrachtet... Peng, Tommy. Wow, der sieht wie ein Vogel aus. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Tja, Verzeihung, Herr Professor. Ich weiß auch das eine oder andere. Aus Filmen. Geh weiter. Sieht aus wie eine Giraffe. Ja, da hast du recht. Wirklich reizend. Sag ich doch. Hast du das etwa gewusst? Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Oh, sei bloß still. Hey, Joel. Kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Äh, hallo? Alles klar bei dir? Mein, Merkur, Vater, Venus, erklärt, Erde. Oh, okay. Verstehe. Das ist echt cool. Weißt du, wie oft wir auf dem Mond fahren? Äh, zweimal. Sechsmal. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Mit mir wären sieben. Wow, Hammer. Wo ist das Lenkrad? Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Ha. Moment. Ist das der echte? Da die echten auf dem Mond geblieben sind, eher nicht. Wow. Nicht so schnell, junge Dame. Wenn du ins Weltall willst, brauchst du einen Helm. Oh, klar. Wie dumm von mir. So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Nach dir. Das ist ein Typhi. Okay. Das sind eine Menge Knöpfe. Echt abgefahren. Mann, kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleiner. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Schließ die Augen. Du wirst es merken. Okay. 30 seconds and counting. As you watch before it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 12, 11, 10, 9. Ignition sequence. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. Oh, 32 minutes. this time it will not follow it up. So equipo zwei, 3, 2, 3, 2, 1 overall. Das ist 1 mal wieder cheese. Bis für den 15, 3, 2, 1. Bis später, si αν sagt. 3, 2, 3, 2 musik e Wolfe. Sie element consider could be im war das okay willst du mich verarschen gern geschehen was meinst du sehen wir uns noch ein bisschen um ok willkommen auf der erde ja ach was für eine wundervolle folge ich habe diese stelle im spiel einfach geliebt wie fandet ihr es heute zugegeben die action war heute komplett weg aber wer von euch hat nicht auch ein kleines tränchen verdrückt ich hoffe euch hat die heutige folge gefallen nächsten sonntag um 11 uhr geht es weiter bis dahin euer auto normalo